Wir sind mitten in der Ferienzeit und die Kleinen wollen bespaßt werden. Was bietet sich da besser an als ein Besuch auf einem Mittelaltermarkt, Ritterturnier oder Burgfest? Mir bekannte historische Feste habe ich hier wieder in diesem Kalendarium zusammengestellt. Bitte informiere dich vor einem Besuch, ob die Veranstaltung überhaupt stattfindet. Nach Veröffentlichung kann keine Aktualisierung mehr erfolgen. Ich wünsche dir und deinen Lieben viel Freude beim Planen und Besuchen. Schaue dir auch gern meinen Besuch auf Luthers Hochzeit in Wittenberg an. Impressionen von diesem Spektakel habe ich oben rechts verlinkt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020